Die Kirche sind in der Straße oder was? Oh, jetzt kommt er reingezogen. Also, den kriege ich den Zug in jedem Fall, den machen wir 12.30 Uhr. Das ist ein Tor, ja. Das haben wir nicht drauf gehabt heute. Klar, da wäre ja immer alles drauf. Ja gut, ich gehe mal rüber. Ich auch. Ja vorne. Ja hinten rüber. Ja. Ja, fährt sich zurück. Ja gut so. Ja gut so. Gut, gut, gut! Gut, gut! Okay, okay! Zustand! Oui! Oh, shit! Yeah! Oh! He's gonna do it! No! Come here! Come here! Go! Ha ha ha! Oh! We need to leave, finds him! That's it! 1, 2, 3, 2, 3. Ja. Vor? Ja. Damit das auch ganz ... Ach, was soll ich? Richtig so ran zu den Standards. Diesmal ein Tor, das Netz ist nicht ganz dicht. Ich würde sagen, hat der Linienrichter nicht richtig ... Das ist dann auch gar nicht gewisse nach Nachfrage. Wenn die alle nicht ernst sind, die hat die Anstreite. Komm hier rein, komm hier rein! Ja, komm hier rein! Ja! Ja, komm hier rein! Ja, komm hier rein! Ja! Ja, ja ... Rettung! Rettung! Ohoho! 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 Ohohoho! Die Klingeln steigen lachen. ... ... ... Tore sind nicht richtig zusammengeflickt. Liebe Fans, wenn man hier so über den Platz schaut, dann sieht es draus, als wenn er so leicht gebogen sei, als wenn er so in der Mitte ein bisschen höher wäre, als so am Rand. Und da gibt es ja auch eine tolle Erklärung für, weil die Erde ist ja rund, die ist ja gebogen. Das kann man hier sehr gut sehen am Freudenberg. Hinten, hinten, hinten! Hinten, hinten, hinten! Hinten, hinten! Komm, komm, komm! Da hin! Vorscht, gemein! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Sieht gut aus, Leute! Weiter! Ufa, Justin! Oh, Herrlich! Herrlich! Ich glaub jetzt 10 zu 0, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann er 11 oder 9 sein? Ich hab nicht mal nachgezählt. Aber jetzt ist der Knappi genau vor meiner Nase das Tor getreten, gekocht. Super. Ich bin steht direkt hinter dem Tor. Und ich glaub, war gut. Ich steht direkt hinter dem Tor, hab wunderschöne Bilder gemacht. Jetzt kommt der Knappmann frei zum Schuss, fast, gibt ab, gibt in die Mitte, Thomas Schlieter, Schlieter, schießt und ah, Torwart hält. Spannend, 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 spannend. Okay, also bis bald, hab dich lieb, tschüss. Hallo Koko, ich bin's mal. Ich bin auf Sportplatz auf dem Freudenberg. Wir machen hier gerade ein Testspiel gegen Jägerhaus Linde. Ich hab's nicht geschafft, die alle zu zählen. Also ich hab's so auf dem Band. Jetzt kommt Knappi, Kopfball, Tor, die Latte vor meine Augen und im Tor. Jetzt ist es dabei gewesen, live. Ich weiß nicht, 12, 13, 0, ich weiß nicht so genau, kann ich nicht sagen. Aber die kämpfen, die Linde ist gut. Fällt mir. Das ist ganz interessant. Ja, Mann, ist gut. Mann! 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 Komm, wieder hier. Wieso? Und gehen wir noch mal zu Doppel. Komm! Wieso? Komm, wieder mal zu Doppel. Komm, wieder mal zu Doppel. Komm! Wir kommen ja sowieso da hin. Sie werden nicht kurz spielen. Wach sein! Ja, gut vor, gut vor! Weiter! Weiter, raus! Gut, das ist der Junge! Gut, das ist der Junge! Oh! Wir können uns heute Abend bei YouTube gucken. Seid ihr alle drauf? Sehr schön! Ja! Hör mal, bist du einer denn wirklich? Ja, von ernst! Ja, ist das Video denn dann? BSV gegen Linde? Gegen Linde! Der ist mein Kanal, da sind die alle drauf. Die fitscht die Matta so. Links hinten am Raten auf einer Rasen. Ah, passt nicht! Fitscht nicht so! Oh, danke! Schau da! Dauert aber noch ein bisschen, ne? Ja, ja! Alles klar! Also, alles klar! Nehmt! Achso, b Tag! Achso, bin allein! Halt her! Ich geh mit hoch! Au! Och! ividadừaherzen wiederherzen, die hat sie! Ich bin unter der Hand! Ich bin unter die Hand! Ich möchte, dass alles Bombe drin stehen! Gut, 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 gut. Der ist gut, der drückt, der Ball. Der muss doch jetzt fast passen. Nein, Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. Bisschen deiner, komm! Bisschen, Bisschen! 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 Fuss vor! Fuss vor! Fuss vor! Kommt zu und drückt zu den Männern! Kommt uns weg! Ich kann den Kuhn! Kommt! Kommt! Auf! 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 Kommt! 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 допfen! Kommt! Und vor! Kommt! Und vor! Woher! Okay, bleibt schnell! Gehe! 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 Hehe! Gehe! 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 Sehr gut, Marco! Das ist leider der Schlusspfiff nicht drauf, aber es ist jetzt Ende. Vielen Dank!